1,4,5,5,5,5... Ra Harm Willis Aber, Alter, den müssen wir isirringen Fieler... Das sind die Nachkommen Betrug Ja Weiter Weiter! Nochmal? Ja! Ich kann ihn fast hitzen! Nach mal auf 60! Raus! Können sie auch Flares mitnehmen! Das nächste Mal! Weiter! Wer schießt da gerade? Auf! Oh! Tanks kommen für uns! Rechte Seite! 60, 40... Achtung! Der zielt auf uns! Der tankt da! Der kommt! Der kommt! Wir haben das Safehaus und wir haben ja... Iron 50 ist 19! Wie viele Shirts haben wir da? Ziggy, komm mal ein bisschen zurück! Wie viele Shirts haben wir da? Das ist doch gar keine! Vielleicht können wir uns nur verstecken! Scheiße! In meinem Leichnam liegt eine AT-Rifle! Schnell! In meinem Leichnam! Wenn ihr eine Bayonette habt, dann könnt ihr doch gar nicht verlieren, weil ich nicht in der Mission ausgehe! Ich kann nicht mal davon weg! Ich kann nicht rausziehen! Ich hab keine Ahnung! Ah, der ist tot! Oh shit! Da haben wir noch ein A-T drauf! Okay, da kommen wir! Die kommen auf dem Hügel! Auf dem Hügel! Ja, ja! Der ist tot! Der ist tot! Braucht ihr was anderes noch? Oh, der kommt rein, der kommt rein! Nein! Nein, es geht! Es geht! Aber wir machen das so, Hallert Wir packen die Shirts in das... Die Shirts packen wir halt so rein, Munition packen wir so rein Wir füllen unser Inventar komplett, auch mit Gasmaskenfiltern Das Problem wird sein, ich glaub, er kommt hier nicht so gut hoch Wir sind noch zu zweit! Ja! Takeshi, wo bist du? Oh nein! Ich bin am Strand, in Teekon, Westküste Wir fahren dann hinter der Brücke durch Wir fahren grad das Motorboot zusammen Einer kommt rein Aber wie gesagt, nördlich vom Watchtower, von Westküste Hinten wir da ran Äh, Observation, taue nicht Watchtower Hinten da ganz oben Genau Hab ihn Wie viele Shirts hast du im Inventar? Ich hab jetzt grad fünf Hinten da oben mehr hatte Okay, das reicht Das reicht, dann zieh ich noch ein bisschen Munition Wo? Wo seid ihr jetzt genau? Krampier, komm Naja, und wo? Da, ein Stück weiter rüber Genau Achso, Krampier Ja, da war grad ein Flachland feindlich am Turut fahren Und dann waren wir jetzt Gabo und der hat es zerfickt Ich hab mal LKW gekillt Munition ist drin Die Shirts kannst du auch ans Motorboot schmeißen Ich muss nur noch ne Kanne Diesel holen Wir haben nicht genug Diesel Soll ich mich schnell holen? Kann ich mir noch Da liegen Da hast du ein Radio Kann treffen, Radio auf einem Platz Rechts kommt einer Okay, rechts ist wieder einer Was ist weg? Pass auf, pass auf Ich bin tot In dem Moment pusht er ans Fenster, der Penner Der wartet an mich Naja, nicht den Platzwechsel Bleib da näher Wir haben keine Radiuschen da näher Doch, Alter, war Ich glaube, es wird zu spät jetzt Den hab ich Ich hab's gesehen Er hat grad nachgegangen, der Mixer Lebt noch das Safehouse, oder? Ja, es lebt noch Wir haben grad noch Irgendwie 5 Collies und noch Trucking Ich glaub, ihr habt alle vorher euren Spawn im Safehouse gesetzt Damit ihr, falls wir Schutz kriegen Wir bleiben jetzt in der Safehouse Simone! Oh G Boah, da steht er noch. Boah, da steht er noch. Ich kann ja den Stream nicht gucken, weil es ist so ein Leck bei mir. Oh, jetzt kommt er rein. Oh nein, Jiggy! Jiggy ist tot. Nein! Aber er hat gerade gewiffed. Dominating! Jiggy lebt doch. Ja, Jiggy, wie sieht es gerade aus? Sind dort viele Feinde aktiv? Immer noch, ja. Zwei, drei oder so versuchen konstant hier rein zu pushen. Jetzt rechts, würde ich sagen. Ja, du musst rechts jetzt langsam. Wir können nämlich nicht so über die Steine klettern. Dann rechts, dann rechts, dann rechts, dann rechts. Wir müssen jetzt über den Siebfahrt gehen, oder was? Ja, fast zum Schiebjahrt. Fast zum Schiebjahrt. Wie viele Gasgranaten werfen die denn auf dich? Da, warte mal, warte mal, warte mal. Da müssen wir, da müssen wir auf den Steger fahren. Oh, jetzt ist es... it's thing that they fall... Ah nein, nimmt die Munition mit? Hab sie! Ich muss klettern. Oho, jetzt wollen sie nicht. Oho, jetzt wollen sie nicht. Ich komm noch nicht drauf. Äh doch, du musst bei dem Fass da in Kontakt springen. Achtung, da ist ein Collie. Kannst du die irgendwie ablenken? Der hat grad vier Leute um sich rum. Boah, da sind vier Collies, ja. Vor dem Truck ist ein Collie. Dann lenkst du die schon ab. Gemeinsam engagen gedummt. Denk dran, ihr seid auf dem Obstfall zu sehen, ne? So, das ist grün? Ja. Oh, was für ein geiler Typ. Los. Go, 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 go. Ah, die Back. Sehr schön. Schnell, schnell, schnell. Was ist das? Achtung, Gas. Ich hab ne Gasmaske, alles gut. Rein da, rein da. Spawn sitzt gleich. Ja. Habt ihr's geschafft? Ja, wir haben's geschafft, Mann. Ja, wir haben's geschafft, Mann. Ja, wir sind da. Ich bin da, ich bin da. Nice, nice. Loote die Leichen, loote die Leichen. Schnell. Dude, not leveln. Dude, not leveln. Achtung, Kais. Weg, weg. Scheiße, hab ich erwischt. Warte, ich hab ein Medkit. Geh rein. Hab ihn. Geh was, was war in dem Vehicle Storage hier drin? Safehouse ist Ultrasafe, ne? Rechts wieder. Rotemar für Small Garrison. Chiggy, du brauchst dein Medik. Chiggy, du brauchst dein Medik. Verwerd. Tank kommt wieder. Tank kommt wieder. Halt, weg von den Fenstern. Zwei Tanks. Halt, weg von den Fenstern. Das sind zwei Tanks. Er steht auf das Mauerwerk, dann... Wir sind bei 400%. Raus aus dem Safer. Raus aus dem Safer. Raus aus dem Safer. Safer. Genau, genau. Ja, genau. Ach, dich helfen. Ich hab noch die AT-Ausstoßes rausgehauen. Okay. Keep. Shit. Brauch ein Medik. Haben wir Trauma? Klar. Fuck. Sorry. Das war's jetzt. Geil, Alter. Wir haben keinen Trauma. Lass mich einfach sterben. Wie alt ist der Map, Marco? Also keine Chance, dieses Safer reinzunehmen. Ne? Oh, scheiße. Einfach hier mit Rutschi versorgen. Oh! Was? Oh, danke, Alter. Danke, danke. Ich blüte, ich blüte, ich blüte. Komm her zu mir, komm her zu mir. Oh, dein Tank links. Nee, komm zu mir! Ich hab nur FMG. Achtung, Achtung. Ich weiß gar nicht, was FMG mit den letzten zwei Jahren ist. Ach, die Scheiße. Da sind wir vom Leben. Scheiße. Oh, der eine blutet, glaub ich, an dem FMG. Nice. Insane. Nein! Nein, Krampi! Oh, shit. Get skid! Nein! 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 Oh, Junge. Wie schwer das Safehaus einzunehmen. Ich hoffe, das hat jemand aufgenommen. Scheiße, ich blüte jetzt. Oh, hallo! Pass auf! Nein! Nein! Wir gehen! Oh! Das war's. Okay, das war's. Und jetzt muss man, und jetzt muss man mir mal erklären, warum... Die Leute sind noch im Local Chat. Beleidigen sie noch im Local Chat. Los, los, los! Ah! Geht nicht mehr. Und jetzt müsst ihr mir erklären, warum die ganzen Logistik die Supplies lieber zur T1-Fop gebracht haben, anstatt... Sie haben andereotchgäle zu nehmen. Aber jetzt fuhm! In Fas Western. Vinos in Fas Western.